Jo, hob ich die Ehre, meine Liebengruppe, wenn da hier sein wird und wenn ihr euch vorbeischauen wollt, falls ihr kein FOMO-Gedönse haben möchtet, kein Aluhut und FAT-Gedönse, nur rationale Sachen. Und so gut es geht, ich bin auch nur ein Mensch, unvoreingenommene Zusammenfassungen von News, also what you see is what you get, sage ich ja heutzutage immer wieder öfter, was du siehst, bekommst du auch. Ja, so wenig Spekulation wie nur irgendwie möglich natürlich rund um die News herum, dann folgt mir gerne, hinterlass ein Abo und natürlich Daumen hoch, damit der Algorithmus gepusht wird und die richtigen News, die richtigen Leute erhaschen. Leute, heute habe ich News dabei, da fliegen euch die Löffel weg. Ja, es ist wirklich geil, also ich habe hier getwittert damals bezüglich dieser News, manche kaufen halt Meme-Coins und Rugpulls und manche kaufen halt dementsprechend Projekte, die schon genutzt werden bei Nasdaq-gelisteten Unternehmen, die alles mit Satelliten einfach hochballern und zwar mit SpaceX und Elon Musk und genau, ja, Elon Musk weiß genau Bescheid, was er da hochschallert und von welcher Firma und die wiederum sich mit was beschäftigen. Es werden Chips hochgejagt, ja, über unsere schöne Erde, die alle eine Hedera Wallet besitzen oder haben, ein Chip, das eine Hedera Wallet ist. Ja, und mehr dazu fetzen wir rein ins Video. Und falls mir einer daherkommt mit Preis, Alter, ihr langweilt mich einfach nur noch zu Tode, ihr langweilt mich, der Preis, der Preis. Leute, wir sind noch nicht da angekommen, wo der Preis eine Rolle spielt bei solchen News oder umgekehrt, solche News eine Rolle spielen beim Preis, ja, langen Atem haben, langfristig denken und solche News, die auch wiederum zukunftsträchtig gebaut sind sozusagen, einfach mitnehmen. Mitnehmen, Leute. So, vielen Dank nochmal für die News. Western Crypto Vision an dieser Stelle hat mich hier markiert gehabt bezüglich der News. HBAR ist in Deutschland angekommen, habe ich hier getwittert, Leute. Ähm, worum geht's? Die HBAR Exchange Traded Fonds, also ein ETF, ihr wisst Bescheid, ich bin nicht so der krasse Fan von ETFs, bereitgestellt von Valor Fonds, das sind die netten Keller hier, Valor, da komme ich gleich dazu, verfolgt den Preis von HBAR dem nativen Token des Hedera Netzwerks. Ähm, was Hedera ist, pipapo, sollten wir kennen. Zur Feier der Einführung des Valor Hedera ETP findet eine Closing Bell Zeremonie an der Frankfurter Wertpapierbörse statt, ja, also eine Zeremonie, wo dann die Glocke geläutet wird. Ja, und wir sind jetzt sozusagen dann live. Dienstag, 18. Juni, zwischen 16 und 19 Uhr findet das Ganze statt. Valor und Hashgraph laden zur Closing Bell Zeremonie ein. Valor bietet Exchange Traded Produkts, also ETPs an, die es privaten und institutionellen, ja, privat, wir können auf jeder Börse hier handeln, also da kaufe ich jetzt kein ETP oder ETF, Leute, aber, was wichtiger ist natürlich, für die institutionellen Investoren ermöglicht man hier den Kauf von HBARs auf einfache und sichere Weise über ihr traditionelles Bankkonto in digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zu investieren. So, PS habe ich hier natürlich noch geschrieben, erwartet keine Preissteigerung, erwartet sie einfach mal nicht, ja. Denkt nicht, dass viel, also ich denke zumindest nicht, dass viele Investoren, also viel Hype generell in Deutschland um Krypto, ETPs und Ähnlichem sein wird. Falls doch, dann freue ich mich natürlich drüber. Umso mehr sollten wir uns um die Akzeptanz freuen. Ja, nichts anderes zeigen uns solche Aktionen, wenn es um ETFs und ETPs geht, ja. Der Preis sei mal dahingestellt und wie viel jetzt da eingekauft wird. Die Akzeptanz, die News bezüglich, oder diese News zeigen mir persönlich, dass einfach immer mehr geschaut wird, wie können Institutionelle und wie können Retailer hier einfacher, schneller, sicherer in Kryptos investieren. Das sollte uns dann mehr Bullish machen, wie die ETPs oder ETF selber. Dementsprechend, ich weiß nicht, wo das Ganze dann, also wer der Verwahrer dann ist. Hier gibt es einen Market Marker, ECF Bank AG. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall ist das hier das ETF oder ETP, beziehungsweise an der Frankfurter Börse. Und das gibt es dann tatsächlich auch nicht ab heute, sondern auch schon ab dem 8.5., wie ich das hier sehen darf. Also seit dem 8.5.2024 ist aber an mir ein bisschen vorbei. Auf jeden Fall die offizielle Ring-the-Bell-Event sozusagen, also Traditions-Event ist am 18. Juni. Dementsprechend ist es aber doch schon seit Anfang Mai am Start. Und wir sehen natürlich nicht viel, nicht viel. Ja, aber wie gesagt, generell die Akzeptanz, was wir hier sehen mit solchen Starts, alles bezüglich Kryptowährungen an der Frankfurter Börse und so weiter, sollte uns Bullish stimmen. So, aber jetzt komme ich zu den fetzen geilen News, meine ja wirklichen Kryptofreunde. Es ist unfassbar, wie abnormal, vielfältig, verwendbar einfach Hedera ist anhand seiner Fundamentals, Leute. Also wirklich ein gebautes, für 100 Jahre gebautes Projekt einfach, was auch der Co-Founder Lehmanbeard uns damals gesagt hat. Also worum geht es hier, Leute, in diesem Video? Es geht hier unter anderem über VCK, über SealSQ und auch über VCSAT. Ja, das sind alles Tochtergesellschaften von VCK. Was VCK ist, dazu schlüpfen wir gleich mal kurz rein ins Video. Wie sieht die Zukunft der IoT-Konnektivität aus und welche Rolle spielen Satelliten dabei? Stellen Sie sich eine Welt vor, in der nahtlose Konnektivität nicht nur ein Traum, sondern Realität ist. Das ist die Vision, die WeCISAT Space, eine Tochtergesellschaft von VCK, antreibt. Am Anfang war das Ziel einfach, die IoT-Konnektivität zu revolutionieren, indem die erste kostengünstige und sichere Lösung bereitgestellt wurde. Durch den Einsatz von Pico-Satelliten und stromsparenden Sensoren zielte VCSAT Space darauf ab, eine beispiellose IoT-Konnektivität weltweit zu ermöglichen. Diese Initiative wurde entwickelt, um den umfangreichen IoT-Einsatz in verschiedenen Sektoren wie Smart Farming, Energie und Logistik zu unterstützen. Sichere und zuverlässige Datenübertragung überall auf der Erde gewährleisten. Heutzutage wurden 17 Satelliten mit WeCISAT-Technologie an Bord von SpaceX-Raketen ins All gebracht. Dies markiert nur die Anfangsphase eines visionären Plans zur Bereitstellung einer 80-Satelliten-Konstellation. Dieses Netzwerk strebt danach, eine umfassende globale IoT-Konnektivität mit einer beeindruckenden Datenlatenzzeit von nur 10 Stunden bereitzustellen. Aber wassat.space geht es nicht nur um das Jetzt. Es hat seine Augen fest auf die Zukunft gerichtet. Mit dem Aufkommen des Quantencomputing-Zeitalters am Horizont. WeCISAT-Space verbessert proaktiv seine Sicherheitsmaßnahmen. Das Unternehmen ist führend bei der Einführung postquanten-kryptografischer Lösungen und Geräte, die von SEALS-Q bereitgestellt werden. Neue Maßstäbe bei der sicheren Multifaktor-Authentifizierung und dem Schutz kritischer Datenaustausche in der Quantenzukunft setzen. Vergleichen Sie dies mit geostationären Satelliten, die zwar Internetzugang für abgelegene Regionen bieten, aber unter hoher Latenz leiden, was sie für moderne Anwendungen wie Echtzeitvideo, Gaming und Virtual Reality ungeeignet macht. Im Gegensatz dazu verwendet WeCISAT.space-Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn, die viel näher an der Erde kreisen und Internetverbindungen mit niedriger Latenz und hoher Geschwindigkeit bieten. Das transformative Potenzial der Operationen von WeCISAT und Space ist weitreichend. Jenseits von Smart Farming, Energie, Logistik und dem industriellen Internet der Dinge. Andere Sektoren könnten erheblich profitieren. Zum Beispiel können die LEO-Satelliten von WeCISAT und Space in der Umweltüberwachung und beim Klimawandel entscheidende Echtzeitdaten zur Wettervorhersage liefern, natürliche Katastrophen verfolgen und Frühwarnsysteme implementieren. In den maritimen und aeronautischen Sektoren wird eine verbesserte Navigation, Kommunikation und Verfolgung von Schiffen und Flugzeugen über weite und abgelegene Gebiete möglich. Zusammenfassend ebnet WeCISAT.space den Weg für eine vernetzte Zukunft und revolutioniert die IoT-Konnektivität durch innovative Satellitentechnologie. Von seinen Anfängen bis zu seinen aktuellen Errungenschaften setzt das Unternehmen weiterhin Maßstäbe und hebt Standards auf ein neues Niveau, nicht nur für heute, sondern auch für die Quantenzukunft. Die Reise von WeCISAT.space ist ein Beweis für die grenzenlosen Möglichkeiten technologischer Innovation, wenn sie von Vision und Entschlossenheit angetrieben wird. Genau, jetzt wisst ihr so ungefähr Bescheid, was WeCISAT unter anderem betreibt. Auch feiert WeCISAT sein 25-jähriges Bestehen und stellt eine strategische Neuausrichtung auf Web 3.0 vor. Das Unternehmen betont dabei, die Entwicklung eines neutralen, sicheren und dezentralisierten Internets seit seiner Gründung 1999, jo, da war ich neun, ist WeCISAT ein Pionier in den Bereichen Cybersicherheit, digitaler Identität und Internet der Dinge. So, und hier natürlich, they trust us, Hedera. Auch Polygon dabei, ja, AWS und so weiter und so fort. Heute geht es aber natürlich auch um Hedera. Und hier werden natürlich auch die Glocken geläutet, Leute. WeCISAT ist ein an der Nasdaq gelistetes Unternehmen und dementsprechend natürlich läutet man auch hier die Glocken. Hau ich mal ein bisschen hier rein. Genau, da ist es an dieser Stelle, ein bisschen mehr verpixelt als sonst. Leute, zu ihm kommen wir noch, zu dem CEO, ja, der mit der H-Bar Bull hier ein Interview gehabt hat, wo es genau um diese Sache geht, was ich euch hier auseinandernehme, aber dazu später mehr im Video. Also, weiterhin dranbleiben, Leute. WeCISAT zielt dementsprechend darauf ab, ein sicheres, gerechteres und benutzerzentriertes digitales Umfeld zu schaffen, indem es die Vorteile von Web 3.0 nutzt mit über 1,6 Milliarden weltweit eingesetzten Mikrochips, ja, sichert WeCISAT das Internet of Everything und verwendet KI zur vorausschauenden Analyse von Geräte aus Fällen. So, ein to offer trusted NFT solutions via its WeSART platform built on Hedera, also natürlich auch hier alles gebaut auf Hedera. Und CSQ ist hierbei die Tochtergesellschaft, Leute, spezialisiert auf Halbleiter, ja, also PK, also Public-K, Infrastruktur und Post-Quantentechnologie. Mega, mega, mega spannend an dieser Sache. VCK und CSQ und die Hashgraph Association haben eine Partnerschaft geschlossen, um sichere IoT- und D-PIN-Lösungen, ja. D-Centralized Physical Infrastructure Networks in Saudi-Arabien im Rahmen der Vision 2030 des Landes umzusetzen. Vision 2030 zieht darauf ab, eine fortschrittliche digitale Finanzstruktur, Infrastruktur zu schaffen, Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Ich meine, wir wissen über, bezüglich anderer News, bezüglich anderen, dass er es einfach geschnallt hat, Leute, ja. Und Hedera auch da mitten in der Stadt nur dabei. Und die geilste Leute kommt halt jetzt zum Schluss. Und Space, ja, was natürlich auch eine Tochtergesellschaft von VCK ist, hat ihre Partnerschaft mit den Schweizer Streitkräften im Weltraumsektor für 2024 und darüber hinaus verstärkt. Hier die offizielle News dazu. Die neue Satelliten im dritten Quartal 2024 mit Space X an dieser Stelle und dementsprechend hier auch die offizielle News dazu. Der neue Satelliten im dritten Quartal 2024 mit Space X an dieser Stelle und dementsprechend hier auch die offizielle News dazu. Um die Leistung und Kommunikationsfähigkeiten im Weltraum zu verbessern, diese Partnerschaft zielt darauf ab, sichere und IoT-Konnektivität als Dienstleistung anzubieten, einschließlich der Bereitstellung von Satellitenplattformen, Startintegration, Bodenstationsdienste und Sicherheitsarchitektur. Zusammenarbeit basiert auf einer umfassenden Studie von 2023 zur Nutzung von Kleinstsatelliten für IoT- und SIGINT-Anwendungen. Leute, es ist wirklich so futuristic das Ganze und ist es aber nicht. Es passiert vor unseren Augen das Ganze, wie sie SAT.Space hat nämlich erfolgreich 17 LEO-Satelliten schon gestartet, hauptsächlich an Bord der SpaceX Transporter Raidshare Missionen. Das Unternehmen entwickelt derzeit eine Konstellation von 88 weiteren LEO-Satelliten, um die globale Abdeckung für Sears Q-Corp zu optimieren. Und ja, Elon Musk weiß natürlich Bescheid, was er da raufschickt. Allein aus Sicherheit muss man hier natürlich schon nachschauen. Ja, deswegen habe ich hier meine Anfangsworte. Manche kaufen halt Meme-Coins und manche eben Utility-Coins, mit denen Satelliten bereits ihre Daten verarbeiten. Leute, es geht hier um diesen Post und dieses Interview, was ich getebt habe und gleich nach meinem Monolog hier euch zeigen werde. Die SAT-Satelliten von der Basis SpaceX, Hedera wird maßgeblich am Start beteiligt sein. In der nächsten Chip-Generation wird der Token SEAL-Coin bereits eingebietet sein. Ja, hier hat man natürlich auch eine eigene Wallet verfügen, eine Hedera-Wallet. Was wir mit Hedera entwickeln, ist eine Machine-to-Machine-Ökonomie. So, und jetzt, Leute, let's rein hier. Der CEO und Founder von VC, SAT, spricht hier. HBABUL. Das ist ein großer Erfolg. Also, Carlos, um das zu beginnen, kannst du deine Vision für YSAT, SEAL-Coin, allgemein für das transaktionale Internet der Dinge erklären und was du bisher aufgebaut hast? Das Problem, das wir lösen, ist, dass vier Billionen Dinge mit dem Internet verbunden werden, richtig? Also, jetzt verbinden wir Mobiltelefone, wir verbinden einige Geräte, aber in den nächsten fünf Jahren, alles wird mit dem Internet verbunden sein. Dein Auto, dein Alarmsystem, dein Haushaltsgerät, dem medizinischen Gerät, im Krankenhaus, Flughafengerät, intelligenten Städten, alles wird verbunden. Je mehr Dinge du mit dem Internet verbindest, desto mehr Cybersicherheit, Herausforderungen, die sie haben, weil sie gerade genug ein Hacker sind, um in eines dieser verbundenen Geräte zu gelangen, was nicht sicher ist, kann die gesamte Infrastruktur gefährden. Stellen Sie sich also vor, ein Hacker gelangt in eine Videokamera in einem Flughafen, die nicht gesichert ist, kann durch diese Videokamera Zugang zur Zugangskontrolle und sogar zum Kommandozentrum gewähren. Also wird Cybersicherheit ein großes Problem für das Vernetzte, was wir das IoT, das Internet der Dinge nennen. Und das ist unser Fokus. Ich meine, wir verkaufen Halbleiter, wir haben bereits 1,6 Milliarden Halbleiter weltweit verkauft. Also haben wir 1,6 Milliarden Objekte, die bereits durch ihre Technologie gesichert sind. Dies war die erste Phase des Projekts, sie sicher zu machen. Die zweite Phase des Projekts, die wir mit Hedera Hashgraph begonnen haben, ist, sobald ein Objekt hier ist, möchte man, dass Sie Transaktionen durchführen. Stellen Sie sich vor, ein Auto tätigt Transaktionen mit einem Ladegerät. Wissen Sie, ein elektrisches Ladegerät, ein Transaktions-Elektroauto oder ein Parkautomat verbindet sich mit Ihrem Auto oder Ihre Videokamera mit Ihrem Fernseher verbindet. Ich meine, alles wird transaktional sein. Und in diesem Transaktionsmodell, das wir das TIUT nennen, das transaktionale IoT, du wirst nicht mit einer Kreditkarte bezahlen, richtig? Du wirst nicht aus deinem Auto aussteigen, zu deiner Kreditkarte gehen und bezahlen. Es wird normal sein, dass diese Transaktionen mit Tokens ausgeführt werden. Mit Hedera entwickeln wir also eine sehr leistungsfähige Infrastruktur. Hedera ist eine sehr gut bei der Skalierbarkeit, damit man schnell skalieren kann. Und das ist eine Voraussetzung, weil man vielleicht von einem Milliarden Objekte jetzt auf mehrere Billionen in sehr kurzer Zeit. Skalierbarkeit ist also ein großes Problem. Sie benötigen auch niedrige Latenz. Daher ist es wichtig für die Transaktion, die Latenz sind sehr wichtig. Das Problem, und es muss natürlich sehr sicher sein, also haben wir ein dezentrales Kassenbuch verwendet, wo wir die Identität jedes Objekts in einem Hedera-Blockchain-Hauptbuch speichern. Sie können aus dem Ledger überprüfen, ob das Objekt sicher ist, bevor Sie sich verbinden. Nehmen wir an, Sie sind mit Ihrem Auto unterwegs und möchten sich verbinden. Schließen Sie an eine Steckdose an, Sie sind sich nicht sicher, ob die Steckdose Ihnen in Malware überträgt. Sie gehen zum Hauptbuch, überprüfen Sie diese Identität und wenn diese Identität im Hauptbuch ist, vertrauen Sie dem Plugin. Das macht also das Hedera-Projekt und wir zwingen an, der beste Weg zu sein, diese Objekte zu verfolgen. Weißt du, sobald du den Chip darauf hast, willst du verfolgen, du willst wissen, wo deine Objekte in Echtzeit sind. Und wir suchen danach Six Flags, Flora, Antennen, 4G, 5G. Es war sehr teuer und es war tatsächlich nur verbindbar auf 10% der Erdoberfläche, weil 90% der Erde. Die Erde ist eigentlich ein Meer, oder? Also schauen wir, wie wir diese Geräte weltweit verbinden können und dann natürlich über Satelliten, niedrige Umlaufbahn-Satelliten eine Option werden. Und warum jetzt und nicht früher? Vor fünf Jahren kostete es 25 Millionen Dollar, einen Satelliten zu senden. Jetzt kann man denselben Satelliten für 200.000 Dollar senden, richtig? Also müssen wir uns damit auseinander... Basiszugang, Basiszugang. ...trägt natürlich unsere Satelliten und jedes Mal, wenn SpaceX eine Rakete abschickt, sind wir auch mit dieser Rakete, mit unseren Satelliten dabei. Also erschaffen wir unser eigenes Sternbild. Wir haben bereits 17 auf unserem Weg und mehr dazu kommt und tatsächlich starten wir im Oktober eine neue Satellitengeneration mit noch mehr Leistung. Also ist die Mission klar. Ich meine, in ein paar Jahren wirst du in der Lage sein, alles überall aus dem All zu verfolgen. Unter deiner Kontrolle sagen wir, du hast Häuser an verschiedenen Orten und willst dein Alarmsystem in deinem Ferienhaus in Echtzeit überprüfen. Oder du willst sicherstellen, dass du es bist. Außerdem nutzen wir die Chips auch auf nachhaltige Weise, weil Nachhaltigkeit für uns und auch für Hedera wichtig ist. Und wir nutzen diese Technologie auch für Verfolgung und Rückverfolgung. Bäume, zum Beispiel haben wir ein Abholzungsschutzprojekt, bei dem wir Sensoren in Wäldern platzieren. Dann sind sie durch Satelliten verfolgbar. So können wir überprüfen, ob dieser Wald jeder versucht, weißt du die Bäume fällen oder den Wald zu stören, das wirklich Zeit-Früh-Währen-System direkt vom Satelliten. Damit können sie jemanden checken und diese Praxis beenden. Also es ist IoT-Satellit, Transaktionsbasiert, Token-basiert. Und das schafft, was meiner Meinung nach ein riesiges Geschäft für alle wird, nämlich eine Maschine-zu-Maschine-Wirtschaft. Objekte werden miteinander transagieren. Jetzt sind es Menschen, die miteinander transagieren, aber wir sind nur 6 Milliarden Menschen und vielleicht nur einer von einer Milliarde von ihnen. Sie haben die Transaktionsfähigkeit. Objekte, du sprichst von Billionen von Objekten. Stell dir die massive Wirtschaft vor, dass dies entsteht, wenn Objekte untereinander Transaktionen durchführen. Das ist also das Projekt. Es ist sehr einfach und wird von einer großartigen Gruppe von Menschen durchgeführt. Ich meine, wir stärken im Grunde die Wirtschaft, indem wir ein sehr konkretes Proof-of-Concept einbringen, wie man diese Aktie verwendet. Richtig, was für alle ein Gewinner ist. Investoren, die Hedera-Token kaufen, gewinnen. Investoren, die die Verkaufstoken kaufen, gewinnen. Und das Endziel ist, wie ich schon sagte, alles zu bewegen in die vierte industrielle Revolution. Du hast wirklich gut erklärt, warum du Hedera gewählt hast. Ich liebe diese Vision, jetzt wo du SpaceX erwähnt hast. Wenn du Bilder mit Elon Musk postest, das lässt aufhorchen. Was du machst, scheint genau sein Ding zu sein. Hat er Interesse an dem gezeigt, was du mit dem transaktionalen Internet der Dinge machst? Sicher. Ich meine, ich habe Alan in Versailles bei dem von Macron organisierten sehr großen Event getroffen. In Paris, in Versailles, im Schloss Versailles, wo er CEOs einlädt. Und ich war einer der 80 eingeladenen CEOs zusammen mit Elon Musk. Ja, und in meiner Diskussion ist Elon Musk sich sehr wohl bewusst, was wir tun. Denn wir sind das Geschäftsszenario für ihn. Ich meine, SpaceX zu schicken, kostet viel Geld. Er macht einen Börsengang. Im Moment startet er seinen eigenen Satelliten, Starlink. Aber das ist sobald Starlink, ist bereits im Orbit. Das war's. Ich meine, er braucht neue Spieler. Also Leute, wenn ihr das gehört habt, was ich gehört habe, und ihr das genauso wie ich in die Zukunft projizieren könnt, dann scheißt ihr auf den Preis aktuell. Dann scheißt ihr drauf. Und euch wird kotzlangweilig, wenn irgendjemand mit dem Preis daherkommt. Wenn jetzt nicht gerade über Future Trading die Rede ist. Leute, solche Preisbewegungen, was FOMO-getriebene Projekte und Hype-getriebene Projekte und Meme-Coins heutzutage machen, diese werden, diese Bewegungen werden die OG-Utility-Coin-Projekte in der Zukunft machen. Und am Leben bleiben, während die anderen im Staub der Vergessenheit irgendwo vor sich rumstauben. Also Leute, ihr müsst wissen, was ihr haltet. Ihr müsst wissen, wie der Hase läuft da draußen. Ich meine, jetzt können wir natürlich auch Gewinne machen. Wer in diesen Zyklen keine Gewinne mitnimmt, Leute, der hat was falsch gemacht. Fertig, aus. Also, weiter in klug investieren, meine Winklipro-Freunde. Und wir sehen uns auch im nächsten Video. Ciao, ciao. Euer Aron. Tost is where it stays, way back a year ago.